Hallo Leute, Willkommen bei das Play EuroCast Simulator Online Ich wollte mal gerne mal fahren, gerne mal mitnehmen in den Fuhren Mal schauen wie bei euch ankommen ist das Play Wenn ich mehr machen soll, dann mache ich mehr Ich fahre jetzt nach, ja, eigentlich wie es heißen soll Ich habe sehr gute Zeit, ich bin noch im Asch, konnte wieder Pause machen Und ja, es ist nicht wunderbar, wie ich so viel Geld habe Ich habe, ja, vorbereitet, hier ordentlich bin ich gern Wenn du schnell, schnell irgendeine Fahrt machst Wenn man Äckerlinge kriegt, habe ich noch mal machen und dann auch packen Und dann irgendwie packen Also die ganze Zeit bei mir ist, so habe ich einen Mod gefunden, wo ich mich schnell leveln kann Und ein bisschen schneller Geld kriege, wo ich mir schnell Äckerlinge kaufen konnte Und ja, ich bin wieder Level 5 Und ich fühle mich auch gern ein bisschen veröffentlicht Ja, manchmal schauen wie bei hochleveln ich leveln will Wenn man wieder Geld verdienen muss Ich bin wieder ein bisschen weg, wenn man mit mir runterkommt und Geld verdienen muss Und das können wir sehen, wie ich mehr Wintermatt Wenn ihr, wenn ihr mich mehr Wasser lädt, dann ladt ihr automatisch den Winterbott mit und runter Wir haben kein Interesse, außer den Müchelbär, nur im Wintermarkt. Ich habe mir Wintermarkt genommen. Oma schön, weil es nur, ja, ist mal Schnee. Ich fang mal ein Meilen. Ich habe auch viele DIC-Grill und Lagierung und ein paar andere Sachen. Auch die teure DICs waren gut. Ich habe immer geglaubt, ob es mal schön angeboten war. Ich glaube, zwei oder drei DICs von Euro-Grassmann oder Filme noch. Ja, ich habe ja mal überlegen mit der Steilung anfangen. Let's playen, aber irgendwie gerade bei mir fehlerhaft. Bei mir wirklich gespielt, irgendwie nicht garten. Oh, da ist einer. Mal grüßen. Ja, irgendwie gibt es kein Gai. Ich habe heute, player. Es wäre vielleicht schade, kein Gai, nur, kein Gai, nur, kein Gai eingebaut ist. Ja, aber was würde man machen? Wenn man, wenn man, wenn man die Gensauer nicht bekommt, kann man vier gaule Leute drauf. Weil der Sauer immer mal voll wird. Und ich glaube, nur lecker, wenn man bloß noch gar ich da findet. Kann man auch noch auch haben. Ja. Ich finde es nur bitte schade. Ich habe mich so nicht gesehen. Da kann ich nur nicht viel sein. Zu heftig. Und ein bisschen, ein bisschen rumfallen. Und ich kann sagen, dass man kurz lange unterwegs ist und kein Typ da ist. Ja, ich habe mich mal lange gefreut. Aber was würde man machen? Kann man nicht meckern. Ich finde es gut gemacht. Gute Idee. Online-Kids. Ich muss ja nur extra runterladen. Ich muss ja erst ein Euro-Kart-Simulator kaufen. Normal. Okay. Kann man ja keinen Mod runterladen. Ich habe auch mal gesehen. Ich habe auch mal gesehen. Ich habe auch mal gesehen. Ich war Krohle und Lonne. Mit 65, 70, 80, 90 Lkw. Das war sehr wichtig. Äh... Ich war halt ein... vor... vor heftig. Das finde ich voll gut gemacht. Ich finde ich schlecht. ist meine Abfassung lustig, immer gut, manchmal nicht immer, gibt man so Fallfahrten, Geisterfahrer und ja, ich biegle über den Computer, ich biegle einen 60 Computer, wo ich sehe und ich finde meine Lenkro nicht so hart mit der Gassakur, wenn ich an der Gassakur gehe, war irgendwie Lenkrad immer ein Problem umgekriegt, um die Lenk. Ich versuche, dass ich mich vorher wieder drehen, mit Lenkrad kriege ich auch noch ein bisschen mal Blinken, mal Krawadzeiten, Wettzeilen, einfach keine Musik, ich mag auch keine Rauchen, da ja nichts an, ich weiß nicht wie cool ist, YouTube oder die Musikslieg sind, so Dinge, keine Ahnung, manche Musikkappen kann ich abbinden oder keine Ahnung, wie Kakerin geführt, und wenn ich gar nicht Ärger haben will, dann lasse ich mich, vor allem mit euch ohne Musik, gerne leider nicht ändern, ich würde auch gerne mit Musik reinmachen, mal schauen, weil ich habe noch nicht, ich mache noch nicht so viele Laptakes, gerade in der Anfangphase, weil ich gerade viel Zeit habe dafür eigentlich, wenn ich sage, und wenn ich wieder Arbeit habe, würde leider wieder weniger Let's Play kommen, kann ich leider nicht ändern, aber leider nicht ändern, ich klingelte mich, aber schätze ich, aber auch nicht, dass ich ein bisschen verkehren habe. Ja, man, wenn ich sage, es lecker open, irgendwann ein bisschen, machen wir ein bisschen lecker, weil man wissen, würde ich gar nicht mehr am besten machen, Wir werden die Goldkunde fahren. Oh, dann gehen wir mal weiterfahren. Ein paar Autobahnweite, merke ich so. Oh, Glück. Ich habe meine Hänger verloren. Hm, danke. Tja, ich war mir klar, weil ich aufgekommen bin, wo wir Hang-up koppeln, koppeln und angoppeln. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich kann sagen, ich bin ein paar Freunde spieler, wo ich meine Rote Eckerweg gut mache. Ich wollte es vor uns erinnern. Vor mir war ich einfach geärgert. Es kommen zwei, drei, vier andere hinter mir. Wenn wir in den Land fahren. Alles gleich zu Ort. Und immer ab wie die Lieferung kriegen. Ich kann sagen, einer kocht mal, den Gast davor abgehen muss. Das kann ich nicht ändern. Aber es ist immer ein Glücksspiel. Alles gleich zu die Gruppen. Gleich zu die Gruppen gibt's. Wie heute. Ich bin so weit wach. Es ist nun 6.11 Uhr. Es ist nun 6.12 Uhr. Bei einem 5.11 Uhr. Eigentlich bin ich von.. In Göln, nach Salzburg. Und mit einem anderen zusammengefahren. Und ich bin jetzt zusammengefahren. Da haben wir zusammen hingefahren. Er war auch ein bisschen schneller, weil ich hatte auch davor eine große Wrack gehabt, die richtig schwer war. Es war eigentlich mehr Schwierkantbord gewesen, als ich hatte. Problems für der Krantbord. Große Rohr. Problem große Rohr. Ich konnte nur bis 70 kmh fahren. Ich hatte keine Hänger geschoben. Ich habe gar nicht viele Hänger gealtert. Ne, was willst du weiter? Ich habe ihn mit Covid gekämpft. Ich habe immer ein bisschen zu eng die Covid genommen, als ein bisschen weiter ausrufen. Aber... Macht nicht. Ich kann mal passieren. So... Ich wollte leider gleich den Lappet beenden. Ich darf nur vom 10-Minuten-Bad sein. Ich hoffe, ich würde gerne noch schnell den Rastkett empfinden. Weil ich wollte gerade den Rastrand einhalten. Ich konnte den Lappet stoppen. Und dann werde ich ihn wieder anmachen, weil ich gut endet. Wenn ihr euch gefällt, klagt mir einen Kommentar hinter. Ja... Mal ein bisschen mehr Videos. Oder nicht. Weil ich ein bisschen mehr Leute aufnehmen soll. Aber... Die ganze Zeit aber, wo deutlich weniger kommt. Weil ich habe ja noch... Ich habe noch ein paar Videos im Vorrat. Das ist kein Problem. Aber... Neue, was Leute aufnehmen, mache ich immer nicht. Ich weiß... Ich habe noch... Zwei... Ich habe noch ein paar andere Projekte geplant. Der ist die Genserlohn. Und ich habe auch viele gesehen. Ich kann Leute gerne schauen. Äh... Wer geht und ob man machen. Wenn... Wenn ihr nicht wollt... Ich nehme... Bei Leuten bleiben soll. Oder... Oder... Auch mal einen Gründerner Euro-Grad-Somalat aufnehmen soll. Wie... Vielleicht einmal kommt gar hinter. Was ihr wollt. Ich sage eins... So... Leitung... Es soll auch mir Spaß machen. Ich hoffe, dass ich meinen Teichern wieder hinkriege. Ich werde gerne mal ein paar Bieter von Teichern ausnehmen können. Äh... Wir können einmal zusammen Teichern zocken. Von Anfang an. Ich habe ja... All mein Profil gelöst. Über Ordner. Ja... Ich habe ja gar nicht Oma gelöst. Aber mir... Äh... Gart bekommen. Fähig geschlagen. Also... Wollte schauen. Wie lange muss ich nochmal runterwerfen. Und mal neu installieren. Ach... Ich habe einen vierten Navi-Zeig. Und wie ich sie halt sagen. Ich muss gleich... Danke kommen. Und gerade mal... Ich werde gleich beenden. Ich muss nur noch beenden. Weil ich glaube, ich bin so ein bisschen krüger mein. 15 Minuten... 15 Minuten... Ich wollte mal gerne... Oma war best... Kleine... Ein paar Figuren rausschneu. Ein paar... Ein paar Minuten rausschneu. Ein paar Minuten rausschneu. Dann kommt... Mal besser hin... Nein... Reifen... Ja... Ich muss noch reifen. Haha... Also... 2 Minuten... Was kommt jetzt? So... So... Leute... Das war's... Mit ihr Let's Play... Und... Ja... Gehen wir gleich wieder weiter... Und... Bis gleich!